Willkommen zu einem neuen Video hier von Selbstorientiert. Heute soll es um die Krise der Subjektivität in Deutsch bzw. in der Sandmann von E.T.A. Hoffmann gehen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Let's go! Gönnt euch jetzt die Amazon-Lernhilfen. Wie immer ein Abo da, aktiviert die Glöcke, lasst ein Like da. Let's go! Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es wie gesagt um die Krise der Subjektivität gehen bzw. darüber hinaus eben um das Augenmotiv bzw. den Bereich der Augen als Leitmotiv, Ding-Symbolik in E.T.A. Hoffmanns Buch bzw. Drama der Sandmann. Da wurde das Ganze von uns bereits schon in drei weiteren Videos erklärt bzw. in vielen weiteren Videos erklärt. Guckt da einfach in unsere Playlist rund um Deutsch rein bzw. wir haben auch eine Playlist, die nur um Werkzusammenfassung geht. Also falls ihr generell einfach ein bisschen was braucht rund um Deutsch und um das Abitur, guckt da gerne rein. Jetzt soll es auch direkt losgehen. Und zwar wollen wir das Ganze so erklären, dass wir das anhand von Belegen darlegen. Das Ganze ist von der Schöning-Ausgabe. Dort bezieht sich ja ein Großteil der Bundesländer eben drauf bzw. ein Großteil der Lehrer verwendet diese Ausgabe. Deswegen verwenden wir diese hier auch. Und wir wollen euch das Ganze jetzt anhand von ungefähr zehn Stichpunkten bzw. zehn Analysepunkten erklären, wie Nathanael hinsichtlich seiner Augen traumatisiert wird. Dabei beginnt das Ganze, ja, oder wie wir es nennen, ist die schöpferische Imagination. Also wenn etwas schöpferisch, also weltlich imaginiert wird, also etwas erfunden wird, das Ganze führt dann zu einer kontinuierlichen destruktiven Prozession. Das heißt, hier haben wir einen Destruktionsprozess, der dann konsequent bei Nathanael sich eben vorfinden lässt, also dass Nathanael sich konsequent selber zerstört. Das ist eben auch das Interessante bzw. das Prekäre an der Situation von Nathanael in E.T. Hoffmanns Buch bzw. in E.T. Hoffmanns Werk. Dabei ist das Ganze mit der schöpferischen Imagination so gemeint, dass Nathanael sich konsequent etwas vorstellt, was eben nicht unbedingt Realität ist. Darauf haben wir aber auch noch weitere Videos gemacht. Falls ihr euch da nochmal genauer informieren wollt, was Realität ist und was nicht Realität ist, guckt da einfach rund um der Sandmann in unserer Playlist ran. Dabei ist auffällig, dass der erstmalige Kontakt von Nathanael mit dem Augenmotiv bzw. mit dem Motiv der Augen bereits sehr früh stattfindet. Das heißt, der Sandmann, der ja in einer der Eingangsszenen, die haben wir auch schon bereits analysiert, einfach mal reingucken, ihr merkt schon, wir haben ganz viele Videos, in einer der Eingangsszenen ist der Sandmann derjenige, der den Vater an den Augen, die Augen zerstört, bzw. diese ja verstümmelt. Das hier schon ein erster Aspekt des Augenmotivs. Das heißt, bereits in seiner frühen Kindheit wird Nathanael hinsichtlich seiner Augen sozusagen verstört. Das Ganze geht dann weiter und zwar ist die Übertragung der subjektiven Imagination eben auch Teil der äußeren Wirklichkeit. Das heißt, man imaginiert, man stellt sich etwas vor, was dann hinterher eben übertragen wird. Und das ganze Übertragungserlebnis mit Coppelius findet dann mit dem Vater statt. Das heißt, er überträgt dieses Motiv der Augen, dieses Leitmotiv der Augen, bzw. die zentrale Ding-Symbolik des Auges, überträgt er dann auf den Vater. Und ja, Coppelius ist eben derjenige, der es überträgt. Und Nathanael ist ja dann letztendlich der Leidtragende, der dann ja auch als Protagonist in diesem ganzen Gewirr sozusagen hervorsticht. Dann ist auffällig, dass dieses Augenmotiv dann wieder übertragen wird, bzw. genutzt wird von Coppola. Und zwar sagt er ja einerseits, sköne oke, sköne oke, das kommt dann gleich nochmal, das kriegen wir auch nochmal drauf. Aber auch diese Geschichten, mit denen der Sandmann sozusagen assoziiert wird und mit denen eben auch die Haushälterin dort spielt, sagt wortwörtlich aus Augenherr, Augenherr. Das finden wir auf Zeile 23, folgende auf der Seite 19. Und zwar ist hier erneut ja sozusagen das Motiv der Augen ganz wichtig, denn die Augen werden eben negativ konnotiert, weil sie dasjenige sind, was oder das sind, was der Sandmann sozusagen wegnimmt. Coppelius wird eben auch schon bereits in seinem Vorfaktor geprägt, denn Coppelius ist italienisch, Coppo, und dementsprechend haben wir hier die Augenhöhle. Und bei Coppola dann eben dasselbe, wir haben hier dann auch die Augenhöhle. Das heißt, Coppelius und Coppola, welche ja Hauptaussagepunkt sind, warum überhaupt Nathanael in diese tiefe Krise fällt, diese sind bereits ja so getrimmt, dass das Ganze für Nathanael eben ja bereits schon traumatisierend ist, beziehungsweise schon ein großer Hinweis darauf ist, dass Hoffmann in den Augen ein Leitmotiv schaffen will, was Nathanael eben in den Tod stürzen lässt. Dabei ist die Traumatisierung des Augenbereichs eben ganz, ganz wichtig. Das heißt, der Augenbereich wird kontinuierlich, wie wir das gerade schon herausgearbeitet haben, ja immer weiter traumatisiert. Und dadurch ist Coppelius dann, beziehungsweise Coppola, dann so negativ konnotiert, dass seine Taten ja gleich noch viel schwerer wie dementsprechend hier besonders interessant, wie das Ganze eben ja sozusagen dichterisch verarbeitet wurde. Dann, wir hatten es gerade schon angesprochen, Sköneocke. Das Ganze wird im gebrochenen Deutsch dargelegt, Sköneocke auch für damalige Zeit schon bereits gebrochen, dementsprechend soll es ja auch so ein bisschen den Charakter eines Ausländers, beziehungsweise eines ausländischen Mitbürgers einfach darstellen. Sköneocke dann eben trägt die Sandmann-Fantasie an. Coppola möchte das hier natürlich ganz bewusst machen. Wir haben da ja bereits schon einen Vergleich von Coppelius Coppola und dem Sandmann eben im Vergleich geschaffen. Das hier ganz interessant, wie Sköneocke das Ganze dann wieder hervorruft. Dann auch der Kauf dieser Brillengläser, die ja dann letztendlich nur dazu führen, dass er klar, also dass Nathanael klarer entdeckt und dass ja sein finaler Untergang, zwar erst an der Hochzeit, aber dann eben doch, ja, der Niedergang seines Lebens, der dann ja final eben sogar im Tod endet. Und klarer stößt eben die Abweichung vor dem Normalmaß an. Also klarer ist erst der auslösende Faktor, der dieses Augenmotiv dann sozusagen final auch für den Tod vorbereitet, beziehungsweise was den Grund dafür bietet, warum Nathanael sich aufgrund des Augenmotivs dann sozusagen umbringt. Denn klarer ist ja in einer der finalen Szenen diejenige, die ja dann entlarvt wird, sozusagen als Maschine, die nur dafür gedient hat, ihn sozusagen zu manipulieren, beziehungsweise ja, die einfach dazu gedient hat, Teste durchzuführen. Und klarer werden dann näher die Augen entnommen und sie ist dann ein lebloser Körper. Nathanael sieht das Ganze dann, Coppola flieht dann mit den Augen und das stört, oder lässt Nathanael dann eben in ein ganz negatives Licht fallen, beziehungsweise in ein negatives Leben stoßen. Dabei ist wichtig, dass Coppolas Perspektive eben auch als Synonym gesehen werden kann. Das heißt, Coppolas Perspektiv, was wir hier haben, was eben dieses Gönöocke, wo er das da andreht, das ganze Perspektiv, was er da verkauft, das Brillenglas sozusagen, ist eben für den fantastischen Wahnsinn. Und Nathanael eben derjenige, der Coppola und Coppelius glaubt und dementsprechend sich ja sozusagen traumatisieren lässt und das Ganze dann natürlich als höchst negativ anzusehen, da Coppelius und Coppola ja nur was Negatives mit ihm wollen. Er erkennt das nicht und lässt sich in den Wahnsinn, beziehungsweise lässt sich traumatisieren und dadurch ja verfällt er dem Ganzen. Wir hoffen, dass wir das Ganze jetzt so gut zusammengefasst haben. Die Krise der Subjektivität einerseits und andererseits das Augenmotiv, wie es sich eben als Leitmotiv in Hoffmanns gesamten Werk wiederfinden lässt, falls ihr da noch weitere Ideen habt, wie man das Ganze verordnen kann. Beziehungsweise, wenn ihr Ideen habt, was wir noch für Videos machen können, dann lasst uns das gerne wissen. Wir würden uns da riesig freuen, wenn ihr da Informationen für uns habt, was da irgendwie uns nochmal helfen könnte. Da würden wir natürlich uns riesig über weitere Informationen freuen. Wir sind da immer nur offen für neue Ideen. Aber das soll es dann auch von heutigem Video gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt unsere Links aus. Und wir sehen uns dann. Haut rein und ciao. ологische Musik und Ciao der Oi! Musik Musik Bis zum nächsten Mal.